Das kommende Album von Sarah Lesch trägt den Titel Trigger – Warnung Das Album erscheint voraussichtlich am 19. November 2021 über das Label Räuberleiter. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.